zockermade typ 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 und damit herzlich willkommen zurück zu resident evil 7 so ich hoffe mir ist aufgefallen ich nehme gerade weiter auf ich habe aber zwischendurch mal kurz was geguckt und mir ist aufgefallen dass die facecam glaube ich nicht aufgenommen hat kann sein dass letzte folge quasi ohne facecam ist sorry oder dass ich einen fehler hatte das aufnahmeprogramm darum lasst das jetzt hier mitlaufen ich habe jetzt andere lichtverhältnisse hier für mich ist es noch dunkler jetzt einfach den bildschirm anhaben jetzt noch und ich hoffe ich bin trotzdem noch hell genug aber wir werden sehen wir machen es jetzt einfach mal so jetzt gehen wir mal hier sind wir hier hinter dennoch die schränke aber wegziehen können weiter und hier ist wieder richtig schimmel richtig die schimmelbutzeln jeder voller weiter da gehe ich nicht drauf kannst du so ab essen alter guckt euch das an mal drauf gehen weiter wenn es hier nicht gleich wieder so komischen vier heraus kommen mich alle größte jawohl die tür zu irgendwas stimmt mit ihr nicht achten gemerkt hier was läuft überhaupt nicht rund auch den arm ich bin ja hier wegen arm jetzt sagen wir die lampe aus dem macht einer bleibt nicht vor du eumeltante alter ich kann nicht oder wie sie einfach mal schnell das licht ausgemacht hat hier hallo moment den ball muss ja dann kriege ich da jetzt rein irgendwie ja rein mal gucken was passiert ich will nicht rein ich will ja absolut nicht rein ich will jetzt nicht rein ist der letzte raum ich habe gesagt ich soll mich verpissen und ich komme trotzdem rein ich bin ja geil ich bleibe mit dem ball da ok hinweis hinterm bett an der wand da ist ein geheimgang da hier oder was da alles klar läuft doch ob wir uns in dem bett ist kaputt muss hier kassi hand weiter alter leute hier ist der geheimraum jetzt nehmen dann ist er richtig der banane die die serie am euler ich finde ich guckt euch das an probier raus ich schätze das ist ja passiert gleich was ich habe ihn sehr schön da ist er oh 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 hier guck euch das an oh das ist sektisch oh hier guck euch oh hier guck euch das an Die große Kunst hier wieder rauszukommen Vielleicht kommen sie hoch hier Wenn ich hier draufgehe Gleich doch Start nach Drei, vier Schuss, wa? Mit der Flinte Wo, 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 wo? Wo, wo? Da Leute Wir müssen mal angerufen werden hier langsam Wir müssen hier mal wieder angerufen werden Ich bin voll angespannt gerade Aber mega Klingt sicher gleich Scheiß Aha Wo ist das Render Ja, hab ich Ich hab ihn Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen Wird schon klappen Wenn wir es hergestellt haben Können wir hier raus Gemeinsam Ich warte im Wohnwagen auf dich Okay Alles klar Im Wohnwagen Ich glaub der Weg gleich wird es nicht einfach Also okay Ich muss echt aufpassen Ich hab nicht mehr viel Schuss Einfach hier durchballern Einfach hier durch Ich hab eine Errungenschaft freigescheit ist Das Jenseits gibt die Wahrheit preis Und wie das Was hast du schon da? Ja, ich glaube Können wir was drücken? Nein Oh 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 Mein, ja Gucken wir was die Einten mal Zoe hier Zoe? Verarsch mich doch Wo zur Hölle bist du? Ach Ist auch egal Wir brauchen nur noch den Kopf Und den hast du Und das wird mir und mir helfen Hey Kumpel Ich dachte du solltest wissen Dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe Sie und Mia sind hier bei mir Und sie leisten einander Gesellschaft Lass sie doch beide gehen Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein Das ist familienintern, Ethan Und nicht deine Sorge Verstanden? Also Wenn du den Kopf haben willst Kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen Und ich geb ihn dir Aber nur Wenn du an einer kleinen Nö Nö Aktivität teilnimmst Die ich vorbereitet habe Nur für dich Welche Aktivität Du bist schon ganz scharf drauf Aber keine Sorge Die läuft ja nicht weg Als allererstes hätte ich gerne Partner Dass du für mich einen Blick In den Kühlschrank Dort im Wohnwagen wirfst Leck mich Komm schon Sei doch nicht so Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt Schau In Den Kühlschrank Was soll ich denn da jetzt? Da war doch voll nichts drin, ne? Na, mach, mach, mach Oh Ist das der Kopf? Oh Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich Miss Stöck Ja, guck dir das an Das wurde so ein Igitt Das ist eins von diesen komischen Monstern geworden Ja, super Weg damit Also nächste Aktion Zerlegungsraum So, wir haben ein Problem Ich hab nicht mehr viel Mut Wir haben zwei fette Heidrinke Können auch normale machen Mal gucken, was wir hier so machen können Äh Ja, viel ist dann nicht mehr los hier bei uns, ne? Davon hätte ich noch weiß Vier Schuss Magnum Hä? Besser ist Acht Schuss Und ein Messer Für alle Fälle Immer Messer Gut, das speichern wir erstmal Immer besser Immer speichern, ne? Gut, Zerlegungsraum Wir wissen ja noch, wo der ist Das ist da drüben Immer noch mal rein Warte mal Der ist so Zerlegungsraum war Warte mal, wo war der? V Passierung herstellen Haha Verlug getohlen Ja Da kommen wir noch nicht durch Wer hat das zu Zerlegungsraum Verarbeitungsbereich Da muss noch einen runter Willkommen runter Ah, ne? Irgendwie Ja Ich hab das gerade nicht Achso Wir sind jetzt im Erdgeschoss So Und wir müssen ins Untergeschoss Gut 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 Machen wir Wo ist überhaupt die Oma? Die Oma hat sich ja der Entwurf seiner Die hat alle Feen in der Hand Wieder im Keller Ah Schlangen Achso Wenn wir jetzt hier durchdrehen Was ich an den Schlankenschlüssel Okay Durch den Boilerraum durch Boah Immer so eklig Da die Oma Ich hab grad von ihr gesprochen Ey Oma Was stimmt mit ihr überhaupt? Nicht Ah, die verfolgen wir hier Oma Den wegschieben? Nö Boah Ist das eklig hier Nö Jetzt kommen wir ins Erlegungsraum Und jetzt geht's gegen Das war sicher der Bulle Dann kriegen wir sicher den Bullen erstmal Zu fassen Uah 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 Alter Ich wollte grad Nicht so abgelenkt Bin hier Was weg tippen Kommt rausgeballert Der Penner Da Da ist der Bulle Zeig, dass du ein echter Mann bist Steck deine Hand In den Rachen Dieses Schweins Das bestimmt nicht einer Ein abschaltlich süßlicher Gestank Er fängt schon Er fängt schon zu verwesen an Die tote Stahlräume Muss eingesetzt haben Seine Gelenke sind schon steif Ja, super, Alter Was ist das denn da unten? Ich check nochmal die Lage hier Leute, es kann sein, dass es diese Folge wieder keine Facecam gibt Das tut mir leid Das tut mir leid Naja, egal Muss man mal gucken, woran es liegt Aber jetzt müssen wir erstmal weitermachen Das tut mir leid, Kumpel Oh Ich bin Schlangenschlüssel Das schöne kleine Ding wird dir helfen Zwei Zugangskarten zu finden Die du brauchst Um an unserer Party teilzunehmen Du musst den Eintritt verdienen, Ethan Ist ja okay Nicht jeder kommt ins Clubhaus, ne? So ist das So Oh, der Schlangenschlüssel-Scheiß hier Achso, da hinten Können da lang Ich hätte die gar nicht wegkämmern müssen Okay, nur noch einen Schuss, Leute Das ist mal richtig hart Hier fängt mir das an, und wer kommt Da Das Problem ist, ich habe ja Schon hier alles abgegrastet Und rein damit Hier war mal auch schon Hier war mal rumfummeln muss schon Ne? Musstet sein hier War ich irgendwas gerade? Alle Meinungen? Gerade irgendwas? Ja, hier war ja schon Da hatten wir auch schon Wo komme ich zurück? Vielleicht vergeht nicht geradeaus durch Ein Abflug hier Oh, alter War so weggebrannt Ist mir auch egal Aber das hin? So Und dann Ich war schon hier So Leute Ich war mal hier rein So Ich muss sagen, ich verabschiede mich nochmal an dieser Stelle Um Ich muss mal checken, ob das mit der Facecam hinggaun hat Kommt endlich jetzt einfach mal die Session hier Und checkt das gleich mal Und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge Hoffentlich mit Facecam wieder Und hoffentlich Gab sie trotzdem Facecam Und alles ist Alles ist tutti So, bis dann Eure Zockermale Da too through практиk Und das wäre still dann boom Sch